Willkommen nochmal zurück zu Let's Play Cry of Fear. So, ich entschuldige mich natürlich nochmal, dass im letzten Part es Komplikationen gab, da Spiel hat sich mir einfach aufgehangen und ich wusste auch nicht wirklich, wo ich den Schlüssel einsetzen musste. Ich hab mal ein bisschen recherchiert, nur jetzt wirklich, wo ich den einsetzen kann, nicht mehr. Und ich glaube noch zu wissen, das war, ich sollte ja die Nachbarwohnung aufschließen. Das stand ja in dieser Nachricht, der Rinne und die Nachbarwohnung, das ist diese hier. Und the door is locked, damit ist wirklich nur gemeint, dass sie... Hallo. So, wir müssen jetzt Use-Tatsache vorher klicken, bevor wir hier irgendwas aufschließen können und gehen dann jetzt mal da rein. Alter, was ist das für... Ach du heilige Scheiße. Was ist das für eine Musik? Die wollen mich doch gerade verkeksen, oder? Alter. Einfach ein Loch, aber... Junge, Junge, da hab ich erstmal wieder geschrieben. Willkommen zurück bei Cry of Fear. Cry, 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 cry. Das war ein Kampfschreie, du? Mal gucken, dass alle Türen zu sind. Zur Sicherheit, aber ich glaube, da könnten auch wieder welche rauskommen. Oh, hallo. Das sehen aber auch aus. Was sind das für Kreaturen eigentlich hier? Zack. Leg dich mal wieder schlafen. Aus dem Fuß kommt da tausend Liter Blut raus. Ich glaub's nicht. Alter. Das ist echt heftig. Ich geh jetzt weiter. Und die Musik sagt auch, hier sind viele Feinde anscheinend. Da ist eine. Da sehen wir die Hand. Was ist das? Ist das ein kleines Kind, oder? Schön, schön. Nein! Das heißt sozusagen... Ach doch, wir haben... So, damit füllen wir uns mal wieder Leben auf. Wir haben natürlich noch eine. Die wir aber nicht einsetzen werden, sondern wir rüsten uns wieder mit dem Messer aus. Und auf Slot 3 können wir mal die Spritze nehmen. Okay. Auf... Wie war denn das nochmal? Ach ja, genau. Hier auf Slot 3. Das heißt, wir können einfach dann so schnell und sicher die Spritze aussuchen. Also das war hier schon mal eine Überraschung. So, wir sind jetzt bei dem Nachbarn von dem Psycho-Heini. Ach, hier ist noch ein Loch. Okay. Die Musik ist schon mal nicht mehr da. Das heißt aber nicht, dass hier kein Feind kommt. Huch, ich hänge hier in der Hand fest. Guck, ich komme hier nicht durch. Doch, jetzt. Da liegt was auf dem Boden. Pick up a Glock-Magazin with... Was habe ich da auf... Ich habe es aber nicht mehr hier irgendwie. Was habe ich da aufgehoben? Ich glaube Magazin... Magazin oder so. Ah! Was? Was? He's holding a gun. Build it take with me. Ja, ja. Ich nehme sie mal gerne an. Magazin hatten wir vorher schon aufgesammelt. Das hätten wir vielleicht erst nachdem wir die Waffe genommen hätten. You got the whole key. Press mouth three to go. Ah. Ah, 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 ah. Was? Oh, einmal drücken. Ich drücke tab die ganze Zeit. Hell key. It's look like a kind of... A key for whole doors. Okay. Tun wir das doch mal wieder lieber auf drei. Ach, wir können hier auch mit den Feind sozusagen abschrecken. Und wir können die Tür öffnen. Und es ist ziemlich dunkel hier. Deswegen setze ich das hier doch lieber auf... Warte. Auf eins. Das hier auf zwei. Und das hier auf drei. So. Ach, jetzt sind wir wieder hier draußen. Wir haben jetzt einen Schlüssel für alles. Für alle Türen anscheinend. Wahrscheinlich können wir damit jetzt in... Wir sind in Block zwei. Können damit jetzt in Block drei zum Beispiel gehen. Aber es ist auch ganz nice, dass wir jetzt ausgerüstet sind mit einer Pistole. Nach dem Krieg sozusagen. The door won't putsch. Das wollen wir ja mal jetzt sehen. Nee, doch nicht. Oh, warte mal. Da steht was. Ah, jetzt war von der Pistole her. Wahrscheinlich für das ganz oben. Aber ich probiere es bei jedem einzelnen Stockwerk. So, hier. Das können wir wahrscheinlich jetzt aufschließen. Nee, doch nicht. Was ist das? Ist ja behindert. Hm. Hall K. It looks like a kind of K for Hall doors. Für Hall Hall. Hall Hall. Da macht sich das gute Englisch wieder bezahlt. Ich glaube, das ist ein... Ich habe so eine Vermutung. Aber das wäre in einem anderen Stockwerk. Warum ist denn das jetzt so dunkel auf einmal hier? Oh. Oh. Oh nein. Nein. Ach nee, von hier sind wir gekommen. Von hier sind wir gekommen. Aber die Musik ist wieder da. Oh, das ist eine ganz, ganz fiese Musik. Ich renne hier schnell durch. So. Weg hier. Ich glaube nämlich, wir müssen den Aufzug benutzen. Und um diesen Aufzug zu benutzen... This Hall door? Ja. Jetzt glaube ich, weiß ich für was der Schlüssel war. Okay, das war etwas... Etwas Munitionsverbrauch. Was... 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 Sind das für Teile? Was haben die da in... Alter... Was ist... Das ist so ein kranker Spiel. Was ist das denn? Gut, wir gehen jetzt hier runter. Wir rüsten uns mal wieder mit dem Messer aus. Jetzt nicht hier lang. Ich war noch nicht fertig mit dem Erkunden. Okay. Wir gehen schnell von Tür zu Tür anscheinend. Ich hoffe, das ist auch der richtige Weg. Wo sind wir hier? Ne, hier waren wir noch nicht. Okay, hier ist eine Tür, aber es geht noch nach oben. Alter. Man sieht total, dass ich überhaupt keine Angst habe. Man sieht es total. Alter. Ne, ich dachte auf einmal, da steht jemand und so. So. Oh, hier sind mehrere Türen. Also aus für... The door is locked. Oh, ich habe keinen Schlüssel mehr und ich gucke mal kurz, wie viel Zeit vergangen ist. Sieben Minuten. Ich lache deswegen, weil es mir vorkommt, wie 20 oder so. The door won't budge. Was ist das denn? Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwo noch einen Schlüssel dafür finden. Ich muss tatsächlich nochmal zurück. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was an der... Oh, bin ich von da gekommen? Nee. Gott, die Augen. Voll fail. Hier. Oh, Alter. Das mit... Er macht mir keine Angst. Das sage ich nur, damit ich keine Angst habe irgendwie. Oh, Kassettenrekorder. Wunderbar. Speichern wir mal hier drauf. Saving progress. Yes. So. Hm, lecker. Nicht schlecht. Ich weiß nicht. Das war hier also nur zum Safen. Mehr ist hier auch nicht. Gucken wir nochmal auf den Boden. Doch. Magazin. Was ist denn jetzt schon wieder für ein Geräusch? Wow. Ich gehe hier am besten raus. Ach, das hier. Was ist das? No Signal. Geht wohl jemand versucht, jemand anders anzuzapfen. Alter, was ist das für ein Kranken? Von hier bin ich doch gekommen, Alter. Dieses Spiel. Das lässt meinen Verstand zerstören, Alter. Schon wieder so eine Missgeburt, die mich angegriffen hat. So. Gehen wir nochmal zurück. Wir brauchen einen Schlüssel. Um weiter... Oh, hier ist... Der ist also noch weiter unten. Der Fahrstuhl-Elevator. Oh, hier geht es noch weiter. Ne. So. Hulga, wo kommst du denn her? Ich sage immer solche komischen Wörter, wie Uga oder so. Weil ich... ...überrumpelt bin. Boah, Alter, ich will hier hoch wieder. Hey, Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, eine Notiz. Oh, Gott, bitte wein ich. Scheiße. Oh. Do not enter. Oh, lecker, was er da wohl mit den Kindern gemacht hat. Oh, Gott. Ey, das ist echt Horror. Da sprisse ich mir erst mal in den Arm. Ach, ja. Jetzt geht es mir viel besser. Hallo. Kannst du... Kannst du mir den Weg erklären, wie ich hier rauskomme aus dem... Aus irgendeinem Anschein hier? Alter. Willst du nicht sterben? Mann, Mann, Mann. Ich lade nach. Ich schieße eh, wenn irgendeiner kommt, schieße ich das ganze Magazin drauf. Weil das Spiel, das ist ein... ...echter... ...das kitzelt einen. Da ist ein Kipade next to the elevator. Alter, wo ist hier der Schlüssel? Ich brauche... ...so, ich gehe jetzt nochmal... ...hier den Weg... ...hintlang. Ne, aber das war schon vorher, oder? Ach, ne, Quatsch. Ich muss wieder zurück. Was mache ich denn da? Ach, Quatsch. So, ich gehe wieder da lang. Wurde ich einfach überrascht von diesen kleinen Kindern und allem. Uiuiui. Die sind jetzt auf jeden Fall wieder down, also tot. Ich gehe nochmal nach oben hier. Etage 4. Hier ist aber, wie gesagt, nichts. So, dieses Geräusch. Sag mal, wollen wir mich veräppeln? Das geht noch weiter runter. So, diesen Weg waren wir, glaube ich, schon gegangen. Die Leiche liegt hier auch nicht mehr. Das ist ein Lichtschalter. So, ahm. Warte mal, ich... ...weiß nicht, konnte ich den gerade aktivieren? Stock 1. Hier hatte ich mich übelst erschreckt. Vorhin. Ich will raus. Ich will raus. Lass mich raus. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, ich will raus. Ich will nicht mehr hier drin sein. Ich will nicht. Ich will raus in die Freiheit. Was muss ich denn noch machen? Was? Wir sind im Fahrstuhl drin. Oh, oh. Ich habe Angst. Nein, weißt du jetzt. Ich habe keine Angst. Ich habe mich noch nie in dem Spiel erschreckt. Auch nicht beim ersten Part oder so. Und auch nicht, wo vorhin... ...die Möbel mich angegriffen haben. So. Wir sind jetzt, glaube ich, in den vierten Stock. Oder fünften oder sechsten. Vierten, tatsächlich. Gefahren mit dem Fahrstuhl. Das heißt, wir sind hier... ...leider noch eingesperrt. This one was a good one. Very nice to kill. Easy to cut with my knife. Like to cut foot. Nein. Ich drücke mal. Ich drücke mal Enter. Äh, Escape. So. Weiter geht's. Voila. In here. Er ist also hier. Drin. Und wir werden ihn jetzt treffen. Vielleicht. Tatsache. Oh, er hat sich umgebracht. Do this to himself. Er fragt sich, ob er selbst... ...äh, ob er sich selbst umgebracht hat. Ein Schlüssel. Ja. Aus der Brühe erstmal rausholen. Ja, klar. Ich lässt die Filmsequenz mich wieder im Stich. Oh, was ist denn jetzt los? Alter. Maybe I can climb down here? Junge, tu es nicht. Dann bist du tot. Aber mithilfe der Kreaturen können wir da runter. Gut, tu, 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 tu. Gott, ey, das ist... Egal, was ist das für eine Missgeburt? Oh Gott. Alter, was ist das für eine Missgeburt? Hilfe. Hilfe. Oh, bist hässlich. Sie ist selbst abgestochen. Was ist das denn gewesen? Alter, das Spiel ist so krank im Hörn. Was ist das für ein Spiel? Was spiele ich da? Gott. Ich will nicht zurückgehen. Ich will raus hier. Raus. Raus. Was? 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 Somebody blocked the door? Ich hab die Tunte jetzt umgebracht. Mal sehen, was ist der hier noch. Ich will baden. Alter. Ein Seil. You got the rope. Wir können das jetzt wahrscheinlich... You will need a rope or something to climb down. Ja, will ich. Also use. You have placed the rope. Wo? Wo? Wo hab ich's? Ach, da. Alter, was war das für eine? Hilfe. Hä? Ach, jetzt bin ich eine Etage... Das ist richtig cool. Eine Etage bin ich jetzt runtergekommen. Nein, schon wieder so eine, Alter. Was bist du für ein krankes Fief, Alter? Alter. Hier ist ein Rentnertreff oder so. gewesen. Gefährlich. So. Ich werd mir... Nee. Werd ich erstmal nicht. Ich hab genug noch. So. Ich geh jetzt raus. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Die steckt sich den Finger in den Mund. Oh Gates. Hilfe. Ich bin ein Star, holt mich raus. What the? They weren't here before. Verdammt, Alter. Was ist das für ein... Was ist das für ein Horrorspiel, ey? Erstmal hier Adrenalin rein stupsen. So. Und dann sag ich schon mal, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Hilfe. Hilfe. Hilfe.